So, ich habe hier wahrscheinlich einen weiteren Nachweis. Das ist das Wirkliche von McGraw-Hill Handbooks, Wood Engineering and Construction Handbook, Third Edition. Ein Nachweis meiner vom US-Bildungsministerium anerkannten Qualifikationen im Master in Ingenieurwissenschaften. Deshalb verweich auch den Aufgräber, weil das einmal über die Grenze und durch den Zoll ist. Das kommt aus Belgien. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland hat Kenntnis von meinem vom US-Bildungsministerium anerkannten Masterabschlüssen. Hier ist auch was drin. So, und das Ganze kommt, Worcester Learning Resources aus der öffentlichen Bibliothek. Worcester College of Technology. Aus England, Worcester College of Technology. So, ich freue mich. Lese ich wahrscheinlich vor. Ich schreibe auch gleich mal meinen Namen da rein. Das ist sogar noch diese eine. Geil. Ah, funktioniert das. Das war nicht richtig, muss ich gehen. Das ist noch einer. Ja, ich schreibe den später dann rein. Tschö. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Vielen Dank.